Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Feed the Beast Monsters. Ja, willkommen zurück. Und zwar haben wir in der letzten Folge unseren schönen Reaktor aufgestellt. Und ich habe ganz vergessen das Achievement einzublenden. Also machen wir das natürlich ganz kurz eben. Bling! Kurz nachträglich. Einen Reaktor haben wir nämlich erstellt. Wunderbar. Wir sind noch nicht ganz fertig damit. Also wie gesagt, der Strom muss hier noch reinfließen. Und Jilarium muss nachher später hier wieder reinfließen. Und wieder rausgesaugt werden und so weiter und so fort. Und das Ganze muss hier natürlich noch kontrolliert werden. Das muss noch alles gemacht werden. Könnten wir uns theoretisch heute noch mit beschäftigen? Ja, ich glaube das machen wir. Ich habe mir noch nichts Vernünftiges für heute überlegt. Weil ich eigentlich mehr oder weniger fast direkt. Also ich habe nur die neue Folge schon hochgeladen und so weiter. Und dann direkt schon mal wieder aufnehme für den nächsten Tag natürlich. Damit ihr schön brav auch eine Folge zu gucken habt. So, ich mache natürlich erstmal wieder eben schnell etwas Eisen. Das nehmen wir auf jeden Fall mal schon mal wieder rein. Den Rest tun wir mal wieder mit dazu. Und außerdem, was bekommt man sonst noch so gebrauchen? Mir fällt gerade nicht so ein, was wir machen könnten. Wir können jetzt erstmal schauen, was braucht man denn überhaupt von Mine Factory Reloaded? Wir brauchen, beziehungsweise von RedNet, was wir da brauchen. Können wir ganz kurz gucken, ob wir da einiges von herstellen können vielleicht schon. So, lasst uns mal gucken. Wir haben hier den Controller, den wir brauchen. Na, hat er hingekriegt. Dafür brauchen wir das Ding. Das können wir herstellen. Kein Thema. Und das Ding können wir auch herstellen. Ah, das ist ja super. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kabel. Ah, vielleicht können wir das Ding ja doch steuern. Dann können wir es auch anmachen, theoretisch. Mal eben schauen. So, wie ging das gut denn? Und zwar, den Controller, den werde ich, ähm, den könnte ich ja theoretisch hier hinsetzen. Wunderbar. Und das Kabel könnte ich dann dort einfach so draufsetzen. Okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt müssen wir noch mit weiß und schwarz wieder arbeiten. Ähm, einen Augenblick. Machen wir ganz kurz O gedrückt, damit das hier verschwindet, das NEI. Äh, wir wollen mal ganz kurz gucken. Und zwar, Change Control Rod Insuration. Genau. Und was müssen wir gucken? Energy Output Amount. Output und das ist der Input. Also der Input ist im Prinzip wie viel, ähm, beziehungsweise das, was dann sozusagen wieder zurückfließt hier in den Rednet-Port und was er sozusagen ändert. Und das ist, was er ausgibt. Ausgibt, wie viel Prozent wir im Prinzip haben. Okay, das heißt, wir machen ein, ähm, Maximum. Eine konstante 1. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Top war, glaube ich, dann T, ne? Front, Back, Back, Front, Right, Left und Down. Ich glaube, dann müsste es das hier gewesen sein. Ähm, das ist weiß. Ne, das ist der, ne, das müsste schwarz sein. Das ist das, was rauskommt. Ne, genau. Der Energy, äh, der Energie aus, ach, ich habe vergessen, Confirm zu drücken. Also das, die Energie, die wir momentan haben, die kommt sozusagen raus, richtig. Ähm, und wir übergeben dann wieder, theoretisch auch wieder, oh, das hier, korrekt. Und dann müssen wir eben kurz gucken, ob das denn auch stimmt, was wir so vorhatten. Ähm, na, ähm, Control-Rod 5%, okay. Kommt das denn hin? 5%. Starten wir mal und warten wir mal, bis er bei, bei 6% sozusagen ist, ob der sozusagen dann auch auf 6% hoch springt. Und sozusagen dann, ähm, die Hitze, ja, da springt er auf 6% und die Energie ist auch auf 6% gesprungen. Also es funktioniert so, wie ich das will. Ähm, der, äh, Ofen wird sozusagen langsam über das Rednet runtergesteuert, je mehr Energie wir sozusagen drin haben. Das heißt also, wir kriegen auch weniger RF pro Tick, brauchen wir ja auch nicht wirklich viel. Und irgendwann ist er sozusagen auf 0 runtergefahren, er ist zwar noch online, verbraucht aber nichts mehr, da sozusagen auch die Hitze runtergeregelt ist. Sehr schön, das heißt, das Ding kann jetzt volllaufen, ohne dass wir Sachen verschwenden, weil wir die Energie momentan noch nicht benutzen. Perfekt, haben wir das zum Beispiel schon mal geschafft. Ähm, wir können uns jetzt überlegen, wie wir das jetzt nicht mehr haben, wie wir die Energie am besten übertragen und, äh, wie wir das Ganze hier erstmal mit regeln wollen. Theoretisch würde ich das ganz gerne so erstmal, glaube ich, halten, dass wir in die Box rein liefern. Und dann können wir oben, das, was wir oben momentan drauf haben, erstmal wegmachen. Ich glaube, es ist Tag, oder? Ja, dürfte eigentlich Tag sein. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir das mal wie folgt. Ähm, und zwar folgenderweise, huch, ach, sollte da vielleicht drauf stehen bleiben, damit da auch Energie rein geht. Ähm, ähm, hm, wie wäre es denn mit Ender.io, theoretisch, wäre das möglich? Das ist nur die Frage, wie viel brauchen wir davon. Brauchen wir die 20.000, aber brauchen wir definitiv noch nicht. Wir können theoretisch hier mit denen eigentlich ganz gut arbeiten. Dann würde ich sagen, machen wir mal davon ein paar. Ähm, machen wir 32, schmeißen die schon mal in den Ofen rein. Und dann brauchen wir welche? Ich glaube, die hier waren das, ne? Conductive Iron, genau. Das ist dann, ähm, Eisen mit Redstone. Und davon machen wir uns dann mal 6 Stück. Das heißt, 12 Redstone, was ja für uns momentan keine Probleme ist. Und Iron brauchen wir dann 6 Stück von 6. Wunderbar. Müssen wir kurz warten, bis hier die ganzen Dinger eben kurz durchgelaufen sind. Davon kriegen wir eine ganze Menge jetzt. Sehr cool. Wobei, ich, das reicht mir eigentlich schon. Ich nehme mal den Rest hier einmal kurz raus und lasse den dann hinten im anderen Ofen durchschmelzen. So, stecke hier die und die dazu. Und dann macht der das Schöne. Und die hier stecken wir da einfach mit rein. Wunderbar. Dann 36 Stück haben wir davon. Das sollte erstmal reichen. Jetzt müssen die 6 halt noch fertiggestellt werden. Dann haben wir 12 Kabel. Ähm, und damit sollten wir eigentlich hier bis zu dieser Box... Äh, ah, okay. Ich weiß, warum ich den da hatte. Haha. Weil da das Wasser wegkam. Genau. Na. Jetzt habe ich ihn zweimal falsch gesetzt. Ähm. Lass mich mal ganz kurz gucken. Da kann ich ihn noch hinsetzen. Na ja. Ah, okay. So. Machen wir das so. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Fackeln hier weggeschwemmt. So. Die sitzt noch. Aber die... Ach so, die saß sowieso. Machen wir das doch einfach mal glatt so. Also, dass wir die einfach an die Wände setzen. Dann können sie auch nicht wegschwemmen, falls wir das nochmal zufällig machen sollten. Ähm, dann gehe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollte passen. Ich meinte, dass wir 6 kriegen. Ähm, lass uns noch mal kurz schauen. Ne, wir kriegen sogar 8. Wunderbar. Ne, dann reicht das ja definitiv. Dann reicht das ja definitiv. So, gucken wir mal. 2 und das ist Nummer 3. Da habe ich nicht gerade sogar 8 gezählt. Das wäre dann wirklich ideal. Dann nehmen wir mal die 8 Stück und gucken mal, wie weit wir damit kommen. So. Und zwar den, 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 den und... Den, ja, kommt genau, passt per now. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Brauchen wir nur noch die... Nutzen wir lieber die vernünftige French dafür auch. Wobei wir die eigentlich, glaube ich, gar nicht brauchen. Denn wir kommen da auch so ran mit der leeren Hand, ne? Einen Augenblick, ich gucke nochmal lieber. Äh, ja, kommen wir. Okay, das ist dann heißt also Extract. Ignored Redstone. Das ist insoweit in Ordnung. Und hier an diesem Ding machen wir dann mal nur Insert. Dass wir auch genau wissen, da geht rein, da kommt raus. So, da speichert sich langsam auch Energie rein. Hier geht die Temperatur immer weiter runter. Perfekt. Und dann können wir theoretisch auch oben alles abbauen. Weil das brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Können diese Lava jetzt benutzen im Prinzip, um eventuell Obsidian zu machen. Oder für unsere anderen Öfen, die wir noch brauchen. Ich lasse aber mal ganz kurz... Ah, na gut, da ist nicht mehr viel drin. Baue ich den auch mal ab. Ähm, was wir mit dieser Fotoszelle machen wollen. Ich baue trotzdem erstmal ab. Weiß ich noch nicht. Schauen wir dann später. Das lassen wir erstmal so. Ähm, jetzt sitzen wir hier fest. Aber, kein Problem. Na, machen wir das anders. Nehmen wir kurz die Sigil, um da eben kurz rauszukommen. Und setzen einfach aufs Dach dann wieder den Klotz hier oben drauf. Und gehen hier erstmal wieder runter. Sehr schön. Das heißt, da ist alles wieder dicht soweit. Und hier fließt auf jeden Fall Kabel hin. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist, ähm, nach oben hin ausgeben. Korrekt. Damit auch die Maschinen, beziehungsweise die Öfen hier genügend Energie bekommen. Hoffe ich zumindestens. Ähm, und dann müssen wir hier nochmal ganz kurz so anstellen. Gut. Das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Ähm, wir haben noch ein Kabel sogar überbehalten. Waren nur sieben. Okay. Und wir haben noch, ähm, drei weitere, die wir theoretisch dann auch noch in Kabel umwandeln können. Falls wir damit dann später nochmal weitermachen wollen. Rest tue ich jetzt erstmal alles hier ins System rein. Die Lavadrum können wir sehr gut gebrauchen. Die stelle ich erstmal hier so neben das System. Da können wir dann zum einen, wie gesagt, hier den Tank noch ein bisschen mit befüllen. Eins, zwei. So, komm. Gib da noch ein bisschen Lava rein. Und dann könnten wir mal wieder was einschmelzen. Der Ofen ist ja nämlich jetzt gerade schon mal wieder perfekt bereit. Ähm, gucken wir mal. Was haben wir denn sonst so wenig? Zinn haben wir auch, glaube ich, noch fast gar nichts mehr. Oder? Doch, haben wir noch sechs, siebzig Stück von. Wie sieht's denn mit Silber? Silber ist ein bisschen wenig. Silber. Nehmen wir mal hier die 42 und schmeißen mal die, das Silber da einfach mal eben kurz rein. Dann kann das mal als nächstes aufschmelzen. So, da kommt das Iron wieder. Und das legen wir mal damit rein. Wunderbar. Also, wir haben unseren Reaktor jetzt angeschlossen. Das heißt, das läuft soweit. Der zieht jetzt trotzdem wieder über die Box jetzt was raus, oder was? Ne. Kann doch normalerweise nicht. Der müsste jetzt endlich langsam auslaufen. Willst du wohl auslaufen? Na? Zeig mir, dass du, dass du leer gehst. Und nicht wieder anspringst. Okay, alles klar. Ich dachte schon. Ähm, wunderbar. Das haben wir auch geschafft. Oh man, wir sind heute ziemlich, ziemlich fleißig. Ähm, dann würde ich sagen, können wir schon mal für Blood Magic ein wenig was vorbereiten. Und zwar wollten wir, das habe ich schon so oft und zwar gesagt, aber wir wollten das Bound Blade bauen. Was uns ein Ritual kostet. Und für Rituale brauchen wir Master Ritual Stone, beziehungsweise normalen Ritual Stone. Und für den normalen Ritual Stone brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge Obsidian. Ähm, das ist nicht so ganz so schwer. Wisst ihr was? Das könnten wir zum Beispiel schon mal automatisieren, indem wir folgendes tun. Ähm, wisst ihr was? Fluiducts und einen Lever hätten wir ganz gerne. Und dann automatisieren wir das Ganze doch einfach schlichtweg, indem wir mal ganz kurz das hier so wrenchen. Und, ähm, wie will ich denn das haben jetzt kurz? Dann nehme ich mir doch ganz kurz eben, ach, gut 64 hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber was soll's. Und mach das eben kurz so an. Dann füllt sich hier Lava rein. Und, äh, wir erstellen schon mal eine ganze Menge Obsidian. So, wir kriegen, glaube ich, vier Stück für eine Herstellung, ne? Genau, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ähm, wir brauchen auch noch die vierte Altarstufe, dass wir diesen, das bekommen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Das brauchen wir gar nicht für das Ritual. Da brauchen wir nur die normalen. Okay, das ist ja kein Problem, beziehungsweise die normalen kann der hier ja sowieso setzen. Der kann ja nur kein, nee, der hier. Cannot Place Dust Runes. Den haben wir momentan. Den wollen wir noch upgraden. Denn ich hab noch ein anderes Ritual, äh, mit dem wir uns sozusagen Blut in den Altar dauerhaft, äh, speichern. Okay. Das hier ist ja gar nicht so schwer. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Ritual Stone. Da würde ich sagen, machen wir uns doch einfach mal, ähm, eine ganze Menge Slates. Wir haben ja hier 64 Blank Slates. Wisst ihr was? Wir machen jetzt folgendes. Wir haben ja noch bestimmt noch ein bisschen Stone hier. Wunderbar. 64. Dann lege ich mich eben ganz jetzt einmal ins Bett hinein. Und werde mich mal eben ganz kurz und schnell eben zu unserem, äh, Tempelchen bewegen. Na? So. Oh, ich glaub, ich hab was vergessen. Jo, das haben wir. Da nochmal schnell eben wieder kurz zurück. Longfall Boots macht uns das gar nichts aus. Und zwar, was nehmen wir uns da noch mal ganz kurz eben mit. Wir nehmen uns kurz. Wollen wir es denn? Ähm, da fehlt doch was. Äh, da haben wir es. Unser Messer war wohl falsch eingelagert. Sollte ja natürlich nicht ins E-System hin. So. Schwupps. Einmal mit dem Ding hier rüber. Und dann können wir theoretisch uns diese Slates einmal herstellen. Das machen wir mal wie folgt. Und zwar, ähm, mach ich das mal eben so. Dass ich das hier eben kurz reinlege. Eben warte, dass sich die Slate auf das aktualisiert hat, was wir brauchen. Na, eine Weite hätte ich ganz gerne noch. Hat er dafür genug? Ich hoffe. So, jetzt haben wir die richtige. Dann können wir theoretisch auch hier beigehen. Und den Itemfilter sozusagen neu setzen. Das hier ganz kurz entfernen. Und wieder ignorieren, dass es automatisch rausgesaugt wird. Und dann werden wir die restlichen 63 da gleichzeitig reintun. Und dann werde ich ein wenig gleich jetzt nämlich vorspulen. Weil das hier wollt ihr ja nicht die ganze Zeit sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn diese 63 Slates sozusagen vollständig abgegradet sind. Also, bis gleich. Ja, und jetzt sind auch gerade eben die Slates fertig geworden. Ich denke mal, das schneide ich dann doch raus. Denn das Ganze hat doch schon ein wenig gedauert. Man merkt schon, sind ein paar Mal die Sonne auf und wieder untergegangen. Und ja, die Slates sind rübergewandert. Das heißt, wir haben jetzt 64 von diesen Reinforced Slates. Und davon können wir uns doch jetzt schon mal eine ganze, ganze Menge neue Sachen machen. Beziehungsweise die ganzen Ritual Stones machen, die wir vor Ewigkeiten schon machen wollten. So, ich dachte mir, das können wir auch definitiv rausschneiden. Oh, hey, haben die gesamte Lava mal eben kurz aufgebraucht. 24 haben wir von denen bekommen. Das heißt, ich lege mal die Slates rein, genauso wie das Obsidian. Und dann werden wir mal gucken, wie viel Ritual Stone wir dann daraus bekommen. Ich hoffe, eine ganze Menge. 4 sollte ich vielleicht noch auf... Warum ist denn das so komisch, die Lava, bitte? Warum sitzt da 326 Lava drin? Ah, okay, das könnte natürlich... Ja, ja, ich verstehe schon, wie das zusammenhängt. Aber wir wollen ja mal erstmal gucken, wie viel Ritual Stone wir kriegen können daraus. 24 natürlich, logischerweise. Denn wir haben ja bloß 24 Obsidian gehabt. Aber folgendes könnten wir ja machen. Wir könnten die Drum uns mal wieder eben kurz besorgen. Und wir haben noch Flurducks haben wir noch mit dabei. Dann war der Nita-Eintrag unsere Pumpe. Und Theo... Nee, halt, stopp. Aha, das war natürlich nicht die Pumpe. Vollkommen falsch. Das war die Festung. Da wollten wir nicht hin. Wir wollten zur Pumpe. Und die würde sich dann durchaus hier befinden. Ah, ja. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und theoretisch könnten wir auch einen davon wahrscheinlich jetzt... Ah, nee, doch nicht. Er schwankt. Also die zwei sollten wir doch, glaube ich, dann da lassen. Ja, ich glaube, das lassen wir auch. Das sieht nämlich noch ganz gut aus, so wie es momentan läuft. Was wir eben machen ist, wir befüllen jetzt mal eben ganz kurz die Drum hier. Vollkommen. Dann können wir auch mal ganz kurz anschauen, wie sieht denn das hier jetzt überhaupt aus. Auch so viel Lava ist noch gar nicht weggefressen worden. Also da vorne, da ist ein bisschen jetzt was weg, aber... Beziehungsweise jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr und schneller. Aber sonst so hat er noch nicht viel, viel aufgebraucht. Das ist ja schon gar nicht mal so verkehrt. Dann werden wir die Drum jetzt erstmal komplett füllen, würde ich sagen. Könnten wir theoretisch auch hier stehen lassen. Normalerweise... Ach, nee, die lädt ja bloß den Chunk, wo sie arbeitet. Und ich denke, das ist nicht derselbe, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Deswegen warte ich jetzt einfach mal eben ganz kurz ein paar Sekündchen. Beziehungsweise spule einfach eben an dieser Stelle ein wenig vor. Und dann sind wir gleich wieder zurück, wenn die Lava Drum dann wieder fertig und voll ist. So, und da befüllt sich sie gerade die letzten Millie Buckets. Und da ist sie fertig. Und dann können wir die Lava Drum jetzt auch mitnehmen. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Knappe Minute, ein bisschen länger als eine Minute ungefähr. Und da ist sie voll. Und die nehmen wir jetzt schon brav mit nach Hause. Und werden sie dann wieder hier drunter stellen. Und weiteres Obsidian machen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Ritual Stone. Beziehungsweise können wir uns einen Master Ritual Stone machen. Und was ich heute nämlich noch bauen möchte, ist nämlich das Bound Swat. Und dementsprechend werden wir das gleich mal eben machen. Folgenderweise brauche ich, ähm, brauche ich denn das Ding hier? Ah, da habe ich es. Genau, korrekt. Dann, ähm, nehme ich die vier mal ganz kurz raus. Brauchen wir noch einen Ritual Stone. Ähm. Beziehungsweise können wir das Ganze mal so reinwerfen. Ach, verdammt, jetzt hätte ich, äh, ja. Natürlich, so wollte ich das nicht haben. Ähm, da brauchen wir auch den hier noch für. Den Mastert. Ähm, da muss ich hinklicken. So, einen Master Ritual. Und dann brauchen wir, ähm, gehen wir einfach mal Stone ein. Die ganzen normalen Ritual Stones. Da haben wir so 16 Stück. Den möchte ich ganz gerne behalten. Aber die anderen, die alten, die können eigentlich ins System soweit, ähm, da reinwandern. So, ähm, reichen 16. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Was wir aber brauchen auf jeden Fall ist ein Diamantschwert. Und wir haben ja eigentlich ein bisschen, bisschen Diamanten haben wir ja. Äh, 15 und 1 Meter Diamanten haben wir noch. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns daraus mal ein Schwert. Das, was wir dann später opfern müssen. Und dann können wir theoretisch diesen Tempel schon mal probieren aufzubauen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, wir könnten theoretisch noch ein bisschen Ritual Stone machen. Lass mich mal gucken. Da haben wir jetzt ein bisschen Obsidian wieder. Das ist der Master. Das ist der Ritual Stone. Und, äh, den Orb findet er nicht. Da haben wir ihn. Schwupps. Und dann haben wir 28. Das sollte eigentlich reichen. So, dementsprechend die Airsigil. Und das Ganze werden wir, ähm, auch dort hinten einfach beim Tempel, ähm, hier unten. Etwas weiter. Ich denke mal, hier so in diese Ecke aufbauen. Können wir später noch wieder dann abreißen zur Not. Ähm, erstmal nur zum Opfern des Schwertes. Beziehungsweise können wir gucken, ob wir auch noch die anderen Tools hier dann später machen. So, ein Augenblick. Ähm, der Master Ritual Stone. Beziehungsweise, nee. Äh, kriege ich den wieder? Ja, den kriege ich wieder. Das hätte ich doch ganz gerne eben etwas anders. So, wie machen wir das denn? Ich glaube, ich setze das doch eher hier ein bisschen weiter hin. Wie gesagt, der wird wahrscheinlich trotzdem dann nochmal wieder wegkommen. Ähm, und da müssen wir das richtige Ritual aussuchen. Ähm, Shift-Rechts klicken und dann kriegt man hier die Rituale durchgezeigt. Ähm, Ritual of Binding müssen wir machen. Und jetzt nur Rechtsklick, glaube ich. Genau. Jedes Mal, wenn man hier einen Rechtsklick macht, setzt er sozusagen, ähm, die Steine normalerweise. Okay, warum setzt er jetzt keinen weiteren Stein? Ähm, ach, wahrscheinlich, weil, ah ja, das könnte natürlich durchaus sein, ein Augenblick. Weil wir wahrscheinlich hier das Gemüse ein wenig wegmachen müssen. Wow, ein Zombieline. Den können wir noch kurz killen. Ähm, jetzt dürfte er theoretisch auch weitermachen. Ja, sehr schön. So, es darf natürlich nichts im Weg sein. Also es muss eben sein. Dass er, beziehungsweise, wenn er dann nach unten baut oder nach oben baut, dass er auch überall was hinsetzen kann. So, das sieht, sieht eigentlich fertig aus. Ach genau, was mir noch fehlt, ist, ähm, folgendes. Und zwar, das können wir noch schnell machen, dafür müssen wir eben wieder nach Hause fliegen. Ich brauche noch so ein Lava-Crystal, denn ich muss das, äh, Ritual ja noch eben aktivieren. So, schwupps. Ähm, und zwar brauchen wir dafür nochmal so ein Lava-Crystal. Wo haben wir den denn? Ähm, der war Bestand aus 3 Eimern Lava. Und dann haben wir das Obsidian-Glad. Jo, das ist kein Problem. 3 Eimern Lava kriegen wir auch schnell hin. 1, 2, 3. Haben wir vorhin genügend Lava besorgt. Die gebe ich einfach mal mit dazu. Und dann bauen wir uns noch so ein Lava-Crystal. Und da brauchen wir auch nochmal den ganz leichten Orb. So, den Weak. Und dann haben wir hier nochmal ein Lava-Crystal. Sehr schön. Und den müssen wir jetzt nochmal in den Blutaltar tun, um uns einen, ähm, Aktivierungs-Crystal zu bauen. Den ersten und einfachen, für einfache Rituale. Oh. Schwupps. So. Jetzt sind wir richtig gelandet. Ähm, was kostet, wie viel kostet das denn überhaupt? Ist das teuer? 10.000. Ah, das könnte einen kleinen Augenblick dauern. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt nicht unbedingt schneiden. Das kriegen wir jetzt auch noch so ein wenig hin. Das, oh ja, das geht hoch. Ha, wie schnell der das mal einfach eben kurz einsaugt. So. Aktiviere das Ritual. Aktiviere das Ritual. Schwupps. Da mein. Und dann schönen Aktivierer für unser Ritual. Da gehen wir mit nach unten. Äh, jetzt war ich mir nicht mehr sicher. Musst denn jetzt erst das Schwert da aufwerfen oder erst das Ritual aktivieren? Denn ich glaube, erst Schwert drauf. Huch. Machen wir das nochmal vernünftig. Ich weiß auch nicht, ob er unbedingt auf dem Sockel sein muss. Aber ich glaube wohl. Ähm, nee. Gehirn wollen wir nicht drauf haben. Wir wollen das Diamantschwert drauf haben. Dann Rechtsklick. Und dann in Sicherheit bringen. Okay. Nochmal. Shift-Rechtsklick. Rechtsklick. Ah, jetzt hat er es gemacht. Äh, aua, 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 aua. Jetzt schlägt hier überall. Wir schlagen jetzt Blitze ein. Und, äh, die machen wir jetzt. Das machen wir das Feuer hier halt aus. Nicht, dass das noch hier irgendwo überspringt. Ah, das ist unser Schwert. Nice. Nice, nice. So. Feuer überall aus. Schön gelöscht. Sehr schön. Wir haben unser, unser Schwert, haben wir jetzt wieder. Können das jetzt an uns binden. Und, äh, können wir mit diesem hier jetzt, äh, ja, Monster töten. Und wenn wir Glück haben, ähm, bekommen wir sozusagen, ähm, ja, Blood Shards. Und diese Blood Shards können wir benutzen, um dann speziellen, äh, ja, Stein herzustellen. Diese Bricks hier, die benötigen wir, um den nächsten Altar herzustellen. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir den, äh, beziehungsweise, dass wir die bekommen. Denn, äh, mit dem nächsten Altar können wir uns dann halt auch die nächste Dust-Stufe bauen. Beziehungsweise hier dieses, ähm, ja, dieses Dust an sich. Und, äh, mit diesem Dust können wir dann wiederum ein anderes Ritual machen. Und mit diesem anderen Ritual werden wir dann genügend Blut hier für den Blutaltar erzeugen. Sodass wir eigentlich, ähm, keine Angst mehr haben müssen, dass wir, ja, Blutsorgen im Prinzip haben. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir das heute auch noch geschafft. Ich denke mal, damit ist dann die Folge auch mehr oder weniger, glaube ich, vorbei. Ich habe jetzt die Zeit nicht richtig im Kopf, denn ich habe ja jetzt ein paar Mal geschnitten. Und, äh, die, ähm, Länge, die mir jetzt angezeigt wird, ist natürlich ein wenig, ähm, anders als das, was dann nachher hinten rauskommt. Aber ich muss auch noch ein bisschen zusammenschneiden und so. Also es ist auch ein bisschen mehr Arbeit. Und dementsprechend, glaube ich, wenn jetzt die Folge zu Ende ist, seid ihr mir nicht böse. Und wir sehen uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao.